Auftakt von Kurt Tucholsky Talia stürzt sich in die Winterrobe und macht sich bis zum Rückenwirbel bloß. Ab wirft sie ihren Schmodagon, ich lobe, jetzt jädet los. Das Winterfieber packt die kleinsten Schmieren, der Mime schwärzt den alten Chapeau-Klapp. Der Direkteur lässt das Theater renovieren und staubt die Hypotheken ab. Der Spielplan steigt, man wird Modernes geben, Bonks Klassiker, Band 1 bis 110. Und Ibsen, Shakespeare und Herrn Schönherrleben, ihr werdet's sehen. Man ist erregt bis in die tiefsten Tiefen, selbst nachts brennt Licht im Direktionsbüro. Schon hört man unseren Holzbock-Interviefen. Rideau, Rideau.